Alle lieben Leute, Grüße zum Witz des Tages, von und mit Lübker Winter und ist immer weit, heute der Kopiererwitz. Alle liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages, hier fast jeden Tag, heute der Kopiererwitz. Und zwar ist er von Reaktorhofen, das ist von Facebook zu nehmen, ich sollte nicht seinen Namen sagen. Also bei Facebook steht er mit, das kommt ja auch, der Kopiererwitz, der geht so. Was steht am Kopierer und ist rot? Ein Paprikant. Was steht am Kopierer und ist rot? Ein Paprikant, weil er rot ist und weil er Praktikant ist. Und Praktikanten stehen immer am Kopierer, da hat er anschaut, rote Haare und steht am Kopierer, ein Paprikant. Und Paprika ist ja auch rot, ähm, Paprika-Chips kennt ja jeder da, die roten, was ist am Kopierer und, ähm, ein Paprikant. Okay, ciao, Kakao und Bädagogien.